Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und willkommen im Himmel über London. Und zwar nicht allein, sondern mit uns dabei sind zumindest Peter Pan und Wendy. Und wenn wir Glück haben, guckt auch Tinkerbell mal vorbei. Ja, und am Boden bleibt ein Hund. Aber das gucken wir uns gleich alles genauer an. Es geht nämlich um das gleichnamige Set, nämlich Peter Pan und Wendys Flug über London. Ja, fast gleichnamig. Das mir dankenswerterweise von Lego vorab als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde. Deswegen kann ich es heute schon zeigen. Es beinhaltet 466 Teile, kostet 64,99... Entschuldigung, ich bin erkältet. 13,95 Cent pro Teil. Ja, Erkältung. Er erscheint am 1.9. und hat ein paar Glow-in-the-Dark-Elemente. Und die natürlich ist völlig rechtfertigen, dass das Teil hier, Spoiler, deutlich teurer ist als das Set oben. Aber da kommen wir gleich noch zu. Wie gesagt, es wurde mir als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Ich habe es einfach mal in stundenlanger, mühsamer Kleinarbeit... Nein, nicht mal eine Stunde hat es gedauert. ...zusammengesteckt und gefilmt. Und hier sehen wir das Bautagebuch wieder direkt von meinem Küchentisch. Gestern Abend habe ich einfach mal angefangen und habe festgestellt, das baut sich flüssig, das kriegt man eigentlich so einfach hin. Schon mal sieht man jetzt hier nach der zweiten Tüte rechts, da fängt... Ja, es ist Westminster, es ist nicht Big Ben, aber es ist zusammengesetzt aus Kisten. Das finde ich lustig. Also dieser Turm, dass da also Kistenelemente verwendet werden. Wie dieses Set sowieso davon strotzt... Naja, also es gibt noch mehr solche Ideen, wo ich da übrigens gerade den Rock falsch hatte bei Wendy. Aber das wird sich gleich noch ändern. Von Ideen, wie man Teile auch anders verwenden kann. Eine Sache ist da vor allem, die fand ich richtig cool. Aber da kommen wir gleich noch zu. Hinten gibt es noch eine kleine Verstärkung. Da geht der Turm langsam hoch. Es fehlt natürlich noch, ha, der Kenner weiß es, Big Ben, beziehungsweise die Glocke sieht man nicht, aber die Uhren. Und die sollen dann eben dort scheinen. Wir sehen ein bisschen die Temse da durch die Gegend fließen. Wir sehen schon den Mond hinter Wolken. Ein typischer Anblick aktuell. Und ein gebogenes Teil zum Ranhängen von Tinkerbell. Da hat mein Sohn gleich gesagt, ach guck mal Papa, hast du das gebogen? Das waren schon gleich böse Blicke, die mich da gekriegt habe heute Morgen. Nee, das ist so. Das verkauft Lego so. Da sind jetzt die Sterne, jetzt sind auch ein paar Häuser dazu gekommen. Und da, ja, ich zeige es gleich noch mal genauer. Also, dass diese Bäume da, die sind, finde ich, absolut cool. Abgesehen davon, dass auch die Häuser, finde ich, süß gebaut sind. Wie das ganze Set, während wir jetzt hier mal den Flug angehen, finde ich richtig cool, süß, nett. Einfach nur knuffig aussieht. Mit den ganzen Brücken, die kleinen Häuserchen, die da stehen. Sogar hier leuchten da auf, ich weiß nicht, ob es die Tower Bridge wahrscheinlich sein soll. Dann sehen wir Bäume, wir sind der Lampen. Je nachdem, wie weit man sozusagen auch so perspektivisch reingeht, werden die Häuser dann ja auch größer. Aber auch mit einfachen Mitteln ja, diese Fenster von diesem Hochhaus da, also von diesem Haus dargestellt. Auch mit diesem kleinen Dach da über dem Eingang. Dahinter ist ein bisschen was Gelbes. Wir sehen da Sterne. Wir sehen unten, wer genauer sehen, noch ein zweites Haus. Dann die Wolke vor dem Mond. Achtung, Spoiler. Das Ganze ist low in the dark. Drei Uhren und dann die Spitze. Da hängt sie dann, die gute Tinkerbell mit ihren Flügeln. So, und nun geht sie wieder los. Die wilde Fahrt, es geht wieder rund. Immer wieder dabei sein über den Dächern von London. Erinnert mich so ein bisschen auch an Disneyland Paris. Da gibt es ja auch so eine Tour, wo man diesen Flug ja miterleben kann. Hat aber mit dem Set natürlich nichts zu tun. Die kleinen Häuser wirklich sehr einfach mit so Einladen gebaut. Aber wirkungsvoll, auch farblich hat es diesen Nacht-Effekt. Auch mit der Temse, die leuchtet zwar nicht, aber es sieht ja fast so aus. Dass man die da also wunderschön erkennen kann. Gucken wir jetzt erstmal die Minifiguren an. Zwei sind schon mal vorher zu sehen gewesen. Eine ist neu. Und die neue ist die hier. Das ist nämlich Wendy. Wendy ist ein bisschen einfach gestaltet. Also sie hat einen sehr einfarbigen Rock. Nicht ganz so aufwendiges Oberteil. Aber ich glaube, das ist ich im Original auch nicht. Also da ist Schlichtheit Trumpf. Hat aber zwei Gesichter und beide lächeln mal mit Mund auf, mal mit Mund zu. Allerdings schon mal dabei gewesen. Darf aber in diesem Fall dann doch nochmal wiedergewählt werden. Ist Peter Pan. Den hatten wir nämlich bei den Sammelfiguren schon. Guck mal, da hat er seine Hobbit-Ohren, die da fast rausgucken. Auch dieses Rote, was da aus seinem Käppi rausschaut, sieht schön aus. Leider auch hier die Beine sehr grün einfach. Da sieht man keine Schuhe. Da ist nix. Also ist okay. Also gerade wegen dem Hut. Aber er darf nur ein Gesicht. Also Peter Pan darf nur lachen. Da ist nix anderes drin. Da müssen wir durch. Dafür darf Tinkerbell immerhin mit ihren gläsernen Flügeln, die natürlich Plastik sind, dann ein bisschen mehr Rock an den Beinen und auch ein paar Schühchen fast angedeutet haben. Dort präsentieren. Dann die Haare zum Dutt da hochgesteckt. Gucken wir doch mal, hat sie denn wenigstens noch ein zweites Gesicht? Guck mal, da vorne lächeln und hinten nix. Na gut, also Wendy darf als Einzige unterschiedlich schauen. Dann schauen wir uns doch mal das Gesamtensemble hier nochmal an. Mit der Temse, die Lämpchen und so weiter und so fort. Und ich hatte ja versprochen, es gibt noch ein bauliches kleines Highlight. Das ist jetzt nicht die Brücke. Die ist wirklich einfach drüber gestaltet, wie es sich sowieso ja schön einfach knuffig baut. Also wirklich ja so am Frühstückstisch quasi weg. Solange das Ei noch brät, kann man das machen. Da sehen wir den Hund, Nana, der auch seine Hundehütte daneben hat. Also das ist sozusagen quasi die gefühlte vierte Figur. Und dann sehen wir die zwei Häuser, die ich wie gesagt auch sehr schön finde, dass die so gestaltet sind. Auch mit dieser Regenrinne, die da einfach ja nur von diesem Zweierplättchen dann dieses Überlappende dann darstellt. Oben da diese kleinen Törtchen, die da drauf sind. Das kann man auch rausnehmen. Mit zittrigen Händen sehen wir da auch immerhin so ein bisschen was Gelbes durchscheinen. Da sehen wir auch, welche Teile das sind. Also das sind diese, ja, ein bisschen eingelegten, noppigen Einer. Können wir jetzt auch die richtigen Noppen da wieder drauf gesetzt? Da fällt uns schon was entgegen. Und das will ich nämlich gleich auch zeigen, während wir hier nochmal die Kisten sehen, die dann Westminster, ja, ich weiß, beziehungsweise Big Ben dann präsentieren. Da ist noch so eine Verkleidung an der Seite, hinten noch ein bisschen verstrebt. Hinten ist jetzt keine Schönheit. Also das ist, außer dass man da sieht, dass eben tatsächlich dieser Halter da gebogen ist, ist es kein Set für hinten. Also hinten anschauen, sondern eher zum hinten an der Wand herstellen. Lego selber verkauft es ja nicht als 18 Plus Set, sondern es ist ein Set zum, ja, eben Spielen und dann ins Hinten hinstellen. Da sehen wir das zweite Haus hinten. Da ist auch noch was Gelbes, also so verwinkelt. Ich finde das Gesamtensemble und diese Gesamtszene sieht genau, also sieht richtig cool aus. Das ist richtig was Romantisches. Dann sehen wir ja gleich noch Glow in the Dark, wenn wir gleich mal das Licht ausmachen. Und das ist jetzt mein Highlight hier. Das ist einfach nur schwarzer Kopf mit Haaren und das umgedreht und schon haben wir einen Baum. Das finde ich cool. Fällt nicht auf, aber wenn man es weiß, ist es so ein bisschen wieder diese Magie von Lego. Einfach mal aus anderen Teilen was ganz anderes machen. Und genau das ist hier passiert. Also, ja, das finde ich schon mal wirklich süß und cool. Nochmal von oben geguckt. Wird nichts, mehr wird es nicht. Es sind 14x14 Zentimeter, die Grundfläche übrigens. Und er schießt 12 Zentimeter in die Höhe. Damit das so geht, sehen wir hier nochmal die Kisten, die dann in der Mitte gehalten werden durch so rote Stangen, die dem Ganzen dann Stabilität geben, damit es auch hält. Mir ist es auch einmal runtergefallen. Hat wirklich gehalten. Also waren so drei, vier Teile, die ich dann wieder aufstecken musste. Fertig. Also es ist wirklich ein schönes, massives Teilchen hier. Ja, süß. Wirklich süß. Jetzt machen wir Licht aus. Und da sehen wir auch, dass es so ein bisschen schimmert. Das ist ja typisch. Man muss es erst mal aufladen. Gerade mit dieser Wolke davor finde ich auch süß. Und dann schimmert es eben so ein bisschen. Also es ist nichts, wo man nicht einschlafen kann oder sich eine Sonnenbrille aufsetzt. Hektisch. Aber netter, kleiner Effekt. Es wäre aber wieder so ein klassisches Set für LED-Beleuchtung. Irgendwas, was nachts richtig cool wäre. So, dann gucken wir noch kurz in die Anleitung. Da sehen wir hier kleine Tütchen. Und das ist im Prinzip auch schon die große Kritik. Nicht, dass es kleine Tütchen sind. Nur, dass wir hier eigentlich ein Set haben, was gefühlt so um die 40 Euro einem abverlangen müsste. Was aber einfach mal 65 Euro aufruft. Und da haut es auch nicht raus, dass wir hier eine Disney 100 Platte haben, die bedruckt ist. Keine Sticker. Also, ja, war noch nicht viel Platz dafür, wo man es hinter den Stickern müssen. Also, das ist kein 65 Euro Set. Das ist so schade, weil es ist so ein wunderschönes Set. Es könnte das vielleicht eines der schönsten Sets des Jahres sein. Optisch ist es das ja natürlich auch. Da ändert ja der Preis nichts. Aber trotzdem kann man nicht da einfach guten Gewissens eine Kaufempfehlung machen. Weil, wenn man es vergleicht eben mit oben, also einem ähnlich schönen, coolen Set, was dieses Jahr bei Disney erschienen ist. Das kostet bei über 100 Teilen mehr 10 Euro weniger und ist auch ein normal im Handel erhältliches Set. Das heißt, das kriegt man inzwischen so um die 40 Euro tatsächlich. Und da hierfür muss man 65, vielleicht kriegen wir nochmal doppelte Wipppunkte. Hahaha, okay. Aber ansonsten, ah, so schade. Weil das wäre so ein Set, wo ich sage, ein No-Brainer, optisch. Weil man dann so ein bisschen dieses mag. Das London ist schön eingefangen. Es ist einfach dieses kleine, große, mittel. Die Minifiguren sind okay, kein Highlight richtig. Aber, nee, warum, warum das nicht ähnlich zumindest bepreisen wie oben vom Teilepreis? Nee, wollten sie wohl nicht. Schade, schade, schade. Trotzdem, danke fürs Rezensionsexemplar. Musste nichts dafür bezahlen. Ja, aber ey, es bleibt dabei. Vielen Dank, was sagt ihr dazu? Und tschüss.